yo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren random video am freitag hier und ihr seht schon hier ich spiele hier aga.io ich hoffe das ist alles ganz okay hier mit der aufnahme und stimme und so weiter es leckt gerade ein bisschen aber das liegt definitiv nicht am internet kann ich bestätigen und da geht es auch direkt zur sache ich habe das lange zeit nicht mehr gespielt und ich bin jetzt echt mal gespannt wie das hier wird ich spiele halt in teams damit ich nicht ganz so scheiße aussehen so vom score her gut ja also ich denke mal ihr kennt das spiel hier das wurde mir letztens unter der letzten folge von streetmaster vorgeschlagen deswegen dachte ich mir mal kann ich mal spielen ist eine gute idee und genau wir versuchen hier auch mal ein paar punkte aufzubauen ich gucke mal ob ich irgendwo gegner habe aber sieht im moment nicht ganz so gut aus ich ernähre mich hier quasi nur von diesen punkten okay ich weiß auch gar nicht wie man hier diese kleinen kühlchen also ich weiß dass man sich so teilen kann mit leertest halt aber diese kleinen kühlchen da keine ahnung weiß nie mehr wir haben schon ein bisschen größer hier ich kann leider nicht hier sehen wie groß ich bin hat auch da unten links ich glaube das seht ihr aber nicht auf jeden fall bin ich gerade bei 100 stay small timo timo fuck off coole namen ja ups scheiße das war nicht gut werbung mal weg hier weitermachen und weiterspielen jetzt bin ich wieder ganz klein mal gucken ob ich in dieser folge hier noch irgendwas reiße und warte mal ich geh mal hier rein jetzt lass mich doch mal hier rein ich werde jetzt nämlich äh mal in free for all spielen mal gucken wie gut ich da bin muss ich mal gucken hier ob ich tatsächlich das leaderboard erreichen kann glaube ich zwar nicht aber man kann es ja mal probieren ist immer so eine möglichkeit und da kommt auch schon nie daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht ja ich habe mich jetzt auch vor allem entschieden das ganze mal uncut hochzuladen also quasi uncut also zumindest nicht im spiel also ich nehme das jetzt alles so am stück auf und so weiter ja es liegt einfach daran dass ich im moment bisschen wenig zeit habe und daran habe ich schon wieder nicht gedacht ich muss ein bisschen mitdenken glaube ich wäre ganz gut soo als erstes baue ich mir mal hier so ein paar massen auf und ich glaube der wird nicht nochmal folgen weil dann ist er nämlich vier geteilt ich glaube das will er nicht soo wie kann man so scheiße sein weiter geht es hier in diesem spannenden spiel wo ich jetzt hier gerade mal einen score von 20 habe als highscore bestimmt keine ahnung habe ich nicht geguckt im moment bin ich jetzt bei sag und schneide äh nicht schneide ich bin jetzt bei 30 wow da ist der obama kriege ich den ich glaube nicht vor allem auch mit der zeit immer gut das sah gerade gut aus ich würde ihn jetzt einfach verfolgen du wd ich glaube ich spiel doch lieber so mal für mich soo weiter geht es hier und ich glaube der macht jetzt nix okay gut so ich bin hier ganz am rand ich bin 93 94 weil ich glaube das mit scoreboard ja leaderboard wird nichts aber jetzt bin ich hier schon 88 ich weiß auch nicht ob ihr das sehen könnt ich glaube habe ich ein bisschen rausgeschnitten damit einfach nur das spiel quasi so im blickfeld ist und jetzt nicht irgendwie taskleiste und das ganze internet gedöns das andere da ja ja muss ich mal gucken hier dass ich jetzt hier nicht direkt sterbe und da hast du einen fehler gemacht und hier sollte ich jetzt direkt schnell ach alles klar wahrscheinlich was ist das denn aber neue top score 77 mal wieder von vorne anfangen ist halt viel zu stressig dieser modus für mich ist doch nicht wahr alles klar geht weiter hier bisschen weiter hier schon wieder 107 ach geht doch mal alle weg hier großen typis ist ist nicht genius so ich kämpfe mich hier wieder ein bisschen hoch eigentlich kämpfe ich nicht ist nicht wahr es kann nicht wahr sein schaffe ich es überhaupt irgendwie mal jetzt in den restlichen 4-5 minuten über 1000 zu kommen aber es leckt gerade so extrem warum leckt dieses spiel so ich verstehe es nicht es war auch schon wieder ganz knapp es leckt halt einfach so ein bisschen hier ist nicht gut finde ich echt doof ich glaube der mauszeiger ist auch nicht aufgenommen wollte ich ursprünglich eigentlich machen glaube ich habe ich aber irgendwie vergessen naja wird jetzt nicht so ganz schlimm sein hier ja so momentan 70 aber auf den zehnten werde ich denke ich mal auch nicht kommen so und ich kann schon mal hier leertaste bereit halten auch falls hier ach du scheiße als ob der so riesig ist wie kann man so riesig sein okay ich denke mal hier wenn ich das jetzt noch über 1000 schaffen sollte wäre das auf jeden Fall ziemlich gut wahrscheinlich keine ahnung im Vergleich zu anderen natürlich ich ultra schleiße aber im Vergleich zu dieser Folge hier heute ganz gut so und du machst das jetzt bitte nicht hier mit dem hälften Teil sehr schön bin ich da auch nochmal gut durchgekommen 90. wieder ja ich denke mal wenn ich über den 50. schon komme wäre das ziemlich krass denke ich aber mal einfach nicht ja sag ich ja ich spiele jetzt nochmal in einem anderen Modus keine ahnung gibt es denn hier experimental was ist denn das ich weiß es nicht aber sieht mir irgendwie auch so ein bisschen aus wie 3 for all ja muss mal gucken hier wie das hier läuft vielleicht vielleicht einfach so ein anderes server oder so was weiß ich keine ahnung ach w alles klar mit w macht man diese kleinen dinger da wegen dem da steht w gleich team deswegen denke ich das mal gut ja also wie gesagt ihr könnt mir auch immer noch weitere Spiele in die Kommentare schreiben die ihr gerne sehen wollt oder sehen wollt wie ich in den Spielen fahle könnt ihr gerne machen werde ich dann höchstwahrscheinlich in die nächste Folge machen ich habe auch selber schon ein paar Spiele halt überlegt aber wenn ihr halt wieder sehen wollt und so weiter mach ich das dann wnehen wunen wun wun ist ja kreativ bei name wun 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 kom scheißer wird größer wenn ich den hairy fahr bringt das nicht so oh ich dachte ich spoß ich dachte ich schaffe es echt schade so ich würde sagen hier letzte runde für heute und nächste woche gibt es dann wieder andere spiele vielleicht werden sie auch irgendwann mal diese spiele da verdoppeln nicht verdoppeln einfach doppeln oder irgendwas zweimal spiel zum beispiel keine ahnung schlissa habe ich das überhaupt schon hier habe ich noch gar nicht aber irgendwann vielleicht spiele ich irgendwas zwei zum beispiel noch mal die bio oder sowas keine ahnung aber erst mal nicht seitdem ihr wollt es natürlich dann kann man das ja wieder neu starten also quasi noch mal machen es ist auch noch ein bisschen was angesagt für minecraft da habe ich auch schon ein paar pläne für was wir da machen ich muss mal gucken ob das multiplayer ist aber wahrscheinlich wird das dann ein singleplayer projekt ja leute kann ich jetzt auch nichts machen hier das war dann hier die letzte runde von diesem spiel und ja damit sage ich dann tschüssi lasst kommentar unten daumen nach oben wenn es euch gefallen hat ja du kriegst mir nicht ja okay dann war es das hier von der runde ich hoffe euch hat das gefallen geben daumen hoch wenn es euch gefallen hat und wenn es euch hier nicht gefällt so wie diesem schweig ja das war es mit dieser folge hier agaio wenn es euch gefallen hat daumen nach oben kommentar schreiben welches spiel nächste wort ankommen sondern ansonsten entscheide ich das halt ja dann macht es gut und wir sehen uns dann wieder montag ankommen dann Vielen Dank.